Und heute spiele ich mal Fortnite, die neue Season Doom. Und heute ist das sozusagen die OPS der Season in ganz Fortnite. Jeder sagt, sie ist stark. Ich weiß auch nicht, sie ist wirklich sehr stark. Also hier gibt es einen Boss, der euch, wenn es alle paar Sekunden anzeigt, wo die Gegner sind. Aber nur in einem gewissen Umraum. Zum Beispiel ihr seid jetzt da, ich würde sagen bis dahin, so könnt ihr die Gegner scannen. Und halt wenn ihr da seid, ihr könnt halt auf der ganzen Map scannen. Und heute werde ich mal die Season Doom spielen. Die soll sehr, sehr cool sein. Also vor allem, weil sie OP ist, soll sie ja nicht so gut sein. Äh, weil sie okay ist, habe ich ja schon gesagt. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken. Ja, okay, er hat schon einen guten Hängekleid, obwohl er NOSGINIE ist. Okay, ja, wie gesagt, das Ding vor, äh, das links da, das ist auch nicht groß. Ich will, wollte noch Stumble, ja, ich spiele. Also da, es war ja da sein Deck, aber das ist halt jetzt anders. Also der Boss, mit der Esther gesehen, sagt ich, so nenne ich die Waffe, also ohne Spaß. Und das ist halt so, weil sie halt, äh, so ist. Ich dachte mir jetzt auch nicht, dass sie, ich dachte, das Schiff hat sie auch dahin. Nein, nein, es bleibt stehen und alles explizitiert. So war das. Stattdessen ist hier alles baum. So, das ist auch. Aber wir probieren mal, so viel zu landen, ist lazy. Lazy. Aber da unten ist vielleicht mehr öffnet ein Schiff. Okay. Mit, ne? Mit dem komischen Evolve. Den kenne ich nicht. Okay. Gut, die Hyper-Maschinenpistole ist wieder drin. Das ist auch krass. Oh, ich bin echt big, die Gedanken geworden. Wo soll's denn gehen? So nett, Alter. Da ist vielleicht... Oh! Wir müssen mal gucken, dass wir eine gescheite Pump finden. Oh, was ist mit der? Ja, okay. Das ist die neue, okste Waffe im ganzen Spiel, würde ich mal sagen. Ja. Das ist die stärkste Waffe, die jetzt gerade heute in diesem Spiel. Das ist auch sehr wunderbar, sehr verwunderbar, sehr verwunderbar. Dann nehme ich einfach nur so. Aber, hauptsache mit Pump, das ist die neue Pump, die ist, glaube ich, ganz schnell, wenn in das ist. Das ist hier auch. Also ich bin halt jetzt nicht der beste Spieler, aber ich denke vielleicht, dass hier, ja, hier Kommando, hier war sogar ein Gefängnis, glaube ich, das glaube ich. Ja, hier ist dann halt jemand ausgebrochen, wir schnappen uns jetzt ganz schnell, dass wir da jahre, das ist sehr wichtig, na, wo ist die, hallo, wir sind, nein, okay, wir müssen, wir müssen. Sieh! 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 Ich glaube da unten kommt auch gerade in der Nähe. Ja, ich bin nicht zu schnitt, das ist ja auch nicht zu schnitt. Der Zugpfad glaub ich auch wieder, oder? Okay, hier haben wir die neue Waffe. Ja, hier, wir sehen alles halt in unserem Grundkreis. Das ist auch sehr cool. Wir sind alles nur im Grundkreis. Nur Gegner. Er heißt ja ein Stück von dem Anzug. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Denn wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier wegkommen. Also der Zug, das ist auch krass, dass der Zug einfach drin ist. Das ist ja krass. Aber die allergleichen Zugstrecke. Ja, ich glaub die Waffe ist ganz gut. Also ich würd eins mal sagen. Wenn ihr im Endeffekt gehen könnt, wie der Junge habt. Dann ist zu 90 Prozent Rettung. Das ist ja krass. Mann, das dreht ja auch nichts. Mein Aim hat sich so verschlechtert. Oder es sind gewaffen. Das kann alles sein. Es ist halt gut. Ihr könnt schauen. Die Autos sind auf. Die Postautos sind auf. Die Autos sind auf. Ja, hier ist schon alles hin. Ich würd jetzt mal... Ja, alle... Wie viel Meter ja Skizzen? Ich weiß nicht mal. Ich glaub nur 3, oder? 3, ja nur 3. Du musst dann keine Skizzen. Wir kommen jetzt mal... Nee, hau nicht gleich. Aber wir müssen... Es ist halt ohne Spaß so. Ja, schau. Nur 4 halt. Nee. Warum so viel? Ja, schau. Ja, schau. Warum so viel? Ja. Okay, egal. Na, wir brauchen die Waffen nicht. Wir können alles machen. Ja, der ist... Also in der Session... ... hat Trottner einfach nichts verspüren dort. Mein... Die Stadt kenne ich nicht. Aber eigentlich kann ich auch was in der Faust kommen. Hier kommt Glück an. Geil. Nein, aber er ist glücklich. Ja, ich hab das. Geil. 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 Ja, das ist eine gute Körbe. Ich hab's nicht wirklich getätet. Mein Ehemann hat sich wirklich die Tats verschlechtert. Ich muss mich nicht ankommen. Ja, ich bin nicht ankommen, wenn ich da losgehe. Ich bin nicht ankommen. Wir gehen zu ihnen. Oh, oh, wow, oh! Oh, is this coming? She's in my- Does it go over? He's got to see it. He's got to see it. He's fertig. Yeah, behind it. Was soll das Fortnite? Warum macht ihr das? Ich wollte dich hier unbedingt mitmachen. Ich habe nichts. Vielleicht war ich ja nicht. Ich war ja nicht. Nehmen wir uns mal ein Auto. Wir nehmen uns mal ein bisschen. Ja, jetzt rennen. Gott, jetzt aus. Mach die Fortnite, oder was? Nein, Gott macht das für die Schauen. V-Ainbot ist das. Ja, er trifft auch noch von so weit weg. Ich kann nicht. Doch, das ist so was. Das ist so okay. Von wo sie das haben, das weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch kein Like oder Abo da geht, dann macht das Video jetzt. Und tschau mit auf. Tschüss. 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 Tschüss.